Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Black Friday Week Deal 2020. Es geht um eine smarte Körperwaage, die letztes Mal richtig schnell ausverkauft war, weshalb ich schon die ganze Zeit darauf geguckt habe, wann diese wieder in die Deals reinkommt. Und heute ist es endlich soweit. Die One-by-One-Smart-Körper-Fettwaage ist endlich wieder online. Und zwar anstelle von 21 für 13,99 Euro. Das heißt 14 Euro. Und da spart ihr jede Menge Geld. Deswegen, wenn ihr schon immer mal eine smarte Körperwaage haben wollt, dann schlagt hier definitiv zu. Das Angebot ist allerdings nur heute gültig und ist auch komplett nach der Kapazität begrenzt. Deswegen nutzt es definitiv aus. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Natürlich ist die One-by-One-Körperwaage ein äquivalentes Produkt zu vielen anderen Körperwagen, die wir uns angeschaut haben. Ihr kennt diese Print-On-Produkte mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben uns schon einige davon angeschaut. Heißt, die Basis hier ist komplett gleich. Nur ein herstellertypisches Design wird im Prinzip aufgedruckt. Was die Waage allerdings nicht in der eigentlichen Qualität schmälert. Denn sie ist tatsächlich eine der smartesten Wagen, die derzeit auf dem Markt ist für niedriges Geld. Denn diese hat die Step-On-Technologie ganz typisch mit Batterie betrieben. Was ich gut finde, weil ihr dann hier tatsächlich darauf bauen könnt, dass diese nicht auf einmal leer ist. Ich habe mit den Mikro-USB-Betriebenen in letzter Zeit sehr, sehr schlechte Erfahrungen leider gemacht. Und schafft ein Maximalgewicht von bis zu 180 Kilogramm. In der App könnt ihr dann die Waage ganz schnell einrichten. Das Ganze dauert wirklich innerhalb, dauert wenige Sekunden, muss man wirklich sagen. Ist also auch für Technik nicht begabte Menschen sehr, sehr schnell umsetzbar. Dadurch, dass es sich hier um das Plug-and-Play-Verfahren handelt. Dann könnt ihr in der App tatsächlich sehr, sehr schnell euch zurechtfinden. Und könnt hier eure ganzen Körperparameter tracken. Was ich perfekt finde und was hier wirklich sehr, sehr gut gelöst worden ist. Ebenfalls super positiv ist dann die Verarbeitung und das Design. Wie alle Print-On-Wagen, die wir uns angeschaut haben. Auch diese hier mit einer Glasoberfläche. Was die Waage natürlich extremst pflegeleicht macht. Insgesamt muss man auch hier sehen, dass diese Waage sehr schön mit der One-by-One-Health-App zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben hier am Ende auch eine wöchentliche, monatliche oder jährliche Grafik, die erstellt wird. Dementsprechend über den Verlauf des Gewichtes, BMI etc. wird ausgerechnet. Was auch in der Gesamt-Monitoring-Funktion wirklich sehr positiv aussticht. Wenn man sich die Waage zulegen möchte, dann seid nur definitiv schnell. Denn diese ist nur heute begrenzt von 21 auf 14 Euro. Nutzt das deswegen definitiv aus. Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort auch nochmal alle technischen Details. Und wenn ihr natürlich Fragen zur Waage habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Dass ihr noch rechtzeitig diesen Deal heute wahrnehmen könnt. Bis dahin hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich unfassbar freuen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst. Gerne hier auf YouTube auch ein Abo da lassen. Und die Glocke aktivieren, dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.